Sie heißen Margarete Ludwig Spiegel, sind geboren am 12.08.1973 in München. Sie wohnen in München, sind geschiedene Verlagskaufer und seit dem 5.12.2010 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Im Oktober 2010 hatte die Angeklagte jeglichen Zugang zu ihrer stark heroinabhängigen Tochter Liene Ludwig verloren. Um die 16-Jährige von den Drogen wegzubringen, beschloss die Angeklagte auf eigene Faust, einen Entzug mit ihrer Tochter durchzuführen. Dazu verbrachte die Angeklagte ihre Tochter am 28.11.2010 gewaltsam zu dem Rohbau ihres Einfamilienhauses in München und sperrte sie dort ein, damit sie nicht weiter an Drogen gelangen konnte. In den folgenden Tagen durchlief Liene Ludwig einen schweren, mit erheblichen körperlichen Beschwerden einhergehenden Entzug. Als den Ludwig am 2.12.2010 immer noch unter den Entzugserscheinungen leidend gegen 18 Uhr einen Fluchtversuch unternahm, kam es zwischen Mutter und Tochter zu einem heftigen Kampf. Um ihre Tochter am Verlassen des Gebäudes zu hindern, zerrte die Angeklagte dabei in Panik am Schal ihrer Tochter und drosselte sie, ohne es zu bemerken, bis zum Tod. Diesen hätte sie jedoch vorhersehen und vermeiden können. Die Angeklagte wird somit der Freiheitsberaubung mit Todesfolge und Tateinheit mit Körperverletzung mit Todesfolge beschuldigt, strafbar, gemäß § 223.1. Frau Ludwig Spiegel, die Anklage haben Sie nun gehört, wollen sich dazu äußern. Ja, ich bin Lienes Mutter und ich hätte meiner Tochter nie, wirklich niemals was antun können. Im Gegenteil, ich habe doch alles gemacht, damit es ihr wieder besser geht. Da hätte ich sie doch nicht getötet. Vielleicht fangen Sie mal damit an, dass Sie mal schildern, wieso Sie überhaupt was dafür tun mussten, dass es ihr wieder besser ging. Liene war seelisch und körperlich ein Wrack. Sie ist so ein miesen Typen, diesen Kilian Seeburg in die Fänge geraten und das ist so eine Art Loverboy. Frau Ludwig Spiegel, Sie wissen selbst, dass wir in alle Richtungen ganz ausführlich ermittelt haben, aber bei dem Herrn Seeburg konnte man wirklich überhaupt nichts nachweisen in dieser Richtung. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe doch mitbekommen, wie er sie erst emotional von sich abhängig gemacht hat. Und dann hat er ihr Drogen gegeben. Und als Liene schon gar nicht mehr anders konnte, als ihm zu gehorchen, da hat er sie dann auch noch auf den Strich geschickt. Das wäre zumindest, Herr Staatssauer, die typische Masche dieser sogenannten Loverboys. Und dass ihre Tochter heroinabhängig war, das ergibt sich zweifelsfrei aus dem Obduktionsbild. Das Problem ist nur, es gibt wirklich keine Beweise dafür, dass Liene irgendwie abhängig gemacht worden ist. Aber Liene hätte niemals freiwillig Drogen genommen. Das Foto, was wir hier von Ihrer Tochter haben, das ist vor ihrer Heroinabhängigkeit entstanden. Da sah es ja wirklich noch ganz gesund aus. Wie haben Sie denn dann bemerkt, dass Ihre Tochter in die Fänge eines solchen Loverboys geraten ist? Das hat sich erst so nach und nach abgezeichnet. Sie war anfangs oft so apathisch und hat sich auf ihrem Zimmer verkrochen. Und sie wollte auch nicht mehr rausgehen oder mit ihren Freunden sprechen. Ihre Tochter war im Teenageralter. Es ist ja nicht so ganz untypisch, dass Kinder mal so eine Phase haben, in der sie sich eher verkriechen. Ja, ich dachte auch, dass das normal ist am Anfang. Aber es wurde immer schlimmer. Und Liene hat mir dann noch gar nicht mehr gesagt, wo sie hingeht nachmittags. Und das ging dann so weit, bis sie eines Tages zu Hause zusammengebrochen ist und überhaupt nicht wollte, dass ein Arzt kommt. Und wieso wolltest du das nicht? Der Arzt hätte sicherlich Blut abgenommen und hätte das dann mit den Drogen bemerkt. Und sie hat sich mit Händen und Füßen gegen diesen Arzt gesträubt und ist dann schließlich abgehauen. Und sie ist über Nacht weggeblieben und ich habe mir totale Sorgen gemacht. Und Sie haben ja dann sogar auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Ja, habe ich. Aber Liene ist am nächsten Morgen von alleine wieder zurückgekommen. Und erzählen wollte sie mir aber nicht, wo sie war. Und da sind dann bei mir schon die Alarmglocken losgegangen. Ich habe sie dann heimlich verfolgt. Und was ich da gesehen habe an dem Nachmittag, das war für mich als Mutter wirklich das Allerschlimmste. So ein komischer Typ hat sie aus so einer Baracke rausgezerrt und getragen. Und Liene hatte nur ein BH und Strapse an. Und ich habe gesehen, dass sie total benebelt war. Das war für mich ganz schlimm. Und wie haben Sie darauf dann reagiert? Ich wollte sie verfolgen, aber ich habe es nicht geschafft und habe dann Liene von der Polizei suchen lassen. Aber sie kam nach ungefähr drei Stunden, kam sie wieder von selber zurück. Und hat so getan, als ob nichts gewesen sei. Und als die Polizei sie dann vernommen hat, hat sie alles abgestritten und mich als Lügnerin hingestellt. Und können Sie sich das vorstellen? Die Polizei konnte dann auch nichts mehr machen. Haben Sie dann etwas unternommen? Ja, ich habe dann ihr Zimmer untersucht und habe auch tatsächlich ein Briefchen gefunden mit so einem weißen Pulver drin. Und als Liene dann nach Hause kam, habe ich sie natürlich zur Rede gestellt. Und wie hat Ihre Tochter Ihnen dieses Briefchen erklärt? Sie hat natürlich alles abgestritten und hat mich angeschrien. Aber sie hat dann gemerkt, dass sie mir jetzt nicht mehr auskommt. Und dann hat sie gesagt, dass sie die Drogen nimmt und sie möchte davon wegkommen, aber sie schafft es alleine einfach nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, dass ich ihr helfen muss. Und wie? Ich habe sie in mein Auto buxiert und habe die Türen verschlossen. Und Liene hat geschrien und hat mich gebissen und um sich geschlagen. Und ich habe sie dann zu unserem Rohbau gefahren. Und dort habe ich sie dann irgendwie im ersten Stock hochgeschleppt und habe sie dann da eingesperrt. Also Ihr Rohbau, Sie bauen gerade ein Haus. Ich habe ein Foto dieses Rohbaus auch hier. Das sieht von außen schon gar nicht so schlecht aus. Die Fenster sind drin, Türen sind drin. Aber wie sieht es mit Heizung aus zum Beispiel und solchen Geschichten, Sanitärausstattung? Ja, die Baufirma ist kurz vor Fertigstellung pleite gegangen und der Baulag brach. Es waren keine Handwerker da und keine Nachbarn. Und was mir wichtig war, Kilian war nicht da. Und ich dachte, das ist der ideale Ort für einen Entzug. Ganz allein? Ja, ich habe gedacht, Liene und ich, wir schaffen das und können dann nochmal von vorne anfangen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie da mit Ihrer Tochter die Hölle bereitet haben? So ein kalter Entzug, der ist so schlimm und der muss medizinisch begleitet werden. Also medizinisch betrachtet haben Sie da falsch gehandelt. Ich habe nicht groß überlegt damals. Ich wollte Liene einfach helfen und sie von den Drogen wegbringen. Ich habe gehofft, dass sie dann gegen Kilian aussagen wird. Ich hatte einfach Angst, dass ich sie verliere. Naja, grundsätzlich verstehe ich das schon, aber so ein Entzug von harten Drogen, der muss auf jeden Fall medizinisch durch Fachleute begleitet werden. Das können Sie als Mutter doch überhaupt nicht leisten. Es war mir nicht bewusst, dass das so sein wird, dass Liene um sich schlägt und sich selber kratzt und dass sie sich übergeben muss den ganzen Tag. Das war mir nicht bewusst in dem Moment. Aber irgendwann sind die Symptome ja auch weniger geworden. Und ja, nach ungefähr vier Tagen ging es Liene dann etwas besser und ich konnte dann auch wieder vernünftig mit ihr reden. Ich habe ihr dann gesagt, dass doch so ihr Leben nicht sein kann. Und sie wollte dann auch wirklich weg von den Drogen und weg von Kilian. Leben ohne Drogen, ich denke mal, das haben sie sich gewünscht. Also eine Reaktion von ihrer Tochter haben sie sich gewünscht. Aber ob das nun wirklich Realität war oder irgendwann geworden wäre, bezweifle ich ganz stark. Doch, das war es. Liene wollte das wirklich. Sie wollte weg von den Drogen und wollte weg von Kilian. Das hat sie mir versprochen. Und ich habe mich so gefreut und wir wollten das dann zusammen feiern und ich wollte nach Hause fahren und was kochen. Wann sind Sie nach Hause? Ich bin so gegen 16.30 Uhr war ich zu Hause und habe dann ungefähr eine Stunde für das Essen gebraucht. Und bin gegen 17.30 Uhr wieder zum Rohbau zurückgefahren und die Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Aber als ich dann zum Rohbau zurückkam, lag Liene auf dem Boden und hat nicht mehr geatmet. Mir ist ganz klar, dass das schwer für Sie ist. Mir ist aber auch klar, dass Sie sich hier unbedingt was vormachen müssen, weil Sie nach Ihrer Überzeugung eine viel zu große Schuld an dem Tod Ihrer Tochter tragen. Und deswegen bleibt es dabei. Hilft alles nicht. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr waren Sie nicht zu Hause. Sie waren im Rohbau mit Ihrer Tochter. Nein, das stimmt nicht. Doch, Sie waren da. Sie waren da, aber Liene wollte nicht da bleiben, die wollte weg. Sie haben gestritten. Sie haben sich da gekappelt, Sie haben sich gestritten und dann schien es so, als ob Liene abhauen könnte. Als ob sie den Rohbau verlassen könnte. Das konnten Sie aber nicht zulassen. In Panik haben Sie dann nach ihr gegriffen, haben das gegriffen, was Sie gerade greifen konnten. Was? Den Schal. Den Schal, aber so unglücklich, so ruckartig, dass Sie damit Ihre Tochter letztlich getötet haben. Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe Liene nichts getan. Das sehe ich im Übrigen genauso. Ich glaube, dass Kilian Seeburg das Versteck von Liene gefunden hat und sie mitnehmen wollte, als meine Mandantin gerade nach Hause gefahren ist, um das Essen zu holen. Aber Liene hat sich geweigert und deswegen musste sie sterben. Herr Seeburg duldet keinen Widerspruch von Mädchen. Genauso wie dieses Mädchen. Die hat sich ihm widersetzt. Und siehe da, kurz nach der Befragung ist sie verschwunden. Sie wäre eine wunderbare Zeugin heute gewesen, um uns zu erzählen, was Herr Seeburg für ihr Spiel treibt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir sie noch finden. Ja, wenn das Mädchen nicht schon genauso tot ist wie meine Tochter. Das hoffe ich nicht. Noch Fragen an die Angeklagte, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Setzen Sie sich bitte zur ÖV-Verteidigerin Kilian Seeburg, bitte. Herr Seeburg, guten Tag. Nehmen Sie euch dir Platz. Geht's Ihnen nicht gut? Entschuldigung, aber wenn ich diesen Typen sehe, schnürt sich mir die Kehle zu. Herr Seeburg, Sie müssen als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen, das wissen Sie. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Das ist klar. Sie heißen Kilian Seeburg, 24 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind lediger Barkeeper, nicht verwandt oder verschwäge mit eigentlich. Nein, aber ich war mit Liene zusammen. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast doch Liene wie Dreck behandelt. Herr Ludwig, bitte. Halten Sie sich jetzt mal bitte, bitte zurück. Bevor wir zur Sache kommen, muss ich Sie noch belehren, 55 StPO, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst vielleicht belasten könnten. Ich habe nichts zu verbergen. Wann hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Liene, Ludwig? Das muss am Samstag vor Lienes Tod gewesen sein. Da habe ich sie noch gesehen. Da war die Welt noch völlig in Ordnung. Und was haben Sie an dem Samstagnachmittag gemacht? Wir waren noch zusammen in der Stadt und haben noch ein Eis gegessen. Dann wollte Liene noch eine Runde shoppen. Runde shoppen. Und danach haben Sie Ihr Heroin verabreicht und Sie zur Prostitution gezogen? Ich weiß, dass Frau Ludwig Spiegel mir so etwas vorwirft, aber das ist total absurd. Das ist überhaupt nicht absurd. Bleiben wir doch mal beim Anklagevorfall. Also Sie sagen, Sie haben am Samstagnachmittag Liene das letzte Mal gesehen. Das ist korrekt. Ich meine, da hat sich auf einmal aber nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Dass wir uns mal ein, zwei Tage, dass ich nichts von ihr gehört habe, das kam schon mal vor. Aber als ich ja nach drei Tagen immer noch keine Nachricht von ihr hatte, habe ich schon langsam angefangen, mir Sorgen zu machen. Ja, ja gut. Ich meine, es verwundert nicht, ne? Seit, als Sie da versucht haben, Sie zu erreichen, war Sie bereits einige Tage eingesperrt im Rohbau Ihrer Mutter. Davon wusste ich aber nichts. Also Sie haben keinen Kontakt mehr zu Ihrer Freundin? Haben Sie irgendwas unternommen? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe versucht, Sie anzurufen auf Ihrem Handy, aber das war aus. Und dann am Donnerstag habe ich es auch mal am Festlandsanschluss Ihrer Mutter versucht, aber da ging auch niemand dran. Donnerstag war ja dann der Tag, an dem Sie ums Leben kamen. Wann haben Sie da versucht, Sie telefonisch zu erreichen? Ich habe es da vormittags mal so gegen elf versucht. Und dann am Nachmittag nochmal. So zwischen halb fünf und halb sechs. Dreimal sogar, aber da ging auch niemand dran. Warum sind Sie nie ans Telefon gegangen, Frau Ludwig Spiegel? Wenn Sie doch zu Hause gewesen sein wollen, wie Sie uns sagen. Weil der Typ lügt. Ich war zu Hause, ich habe Milchreis und Schokokuchen gemacht und es hat niemand angerufen. Niemand. Und wohl. Sie sind nicht dran gegangen, weil Sie nicht zu Hause waren. Sie waren im Rohbau und haben dort mit Ihrer Tochter gestritten. Nein, das stimmt nicht. Zu dem Zeitpunkt, von der Stunde, von der wir jetzt sprechen, war er im Rohbau und hat meine Tochter erwürgt. Ich war zu Hause. Frau Ludwig Spiegel, Sie verrennen sich da jetzt in was. Ich habe bei Ihnen angerufen. Die 1, 2, 7, 5, 5, 3, 4. Das ist doch Ihre Nummer, oder? Du hast nicht angerufen. Fakt ist, Herr Seeburg, dass diese angeblichen Anrufe auf dem Einzelverbindungsnachweis nicht belegt sind, weil sie nicht angenommen worden sind. Und Sie konnten Ihre Anrufliste Ihres Handys auch nicht vorlegen. Was kann ich denn dafür, dass mein Handy nur die letzten zehn Nummern in der Anrufliste speichert? Ich meine, glauben Sie mir, ich habe in dem Tod echt zu knabbern gehabt. Ich meine, ich war Lins Freund. Ich habe Sie geliebt. Haben Sie denn irgendwas von Lines Heroinabhängigkeit mitbekommen? Nein. Tja, sowas merkt man doch, Herr Seeburg. Gerade als Freund. Ich meine, natürlich ist mir aufgefallen, dass sie gelegentlich total apathisch und wie aufgelöst war. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte halt, sie ist schlecht drauf oder hat vielleicht schlecht geschlafen. Das ist aber ein Riesenunterschied. Das mag schon sein, aber woran hätte ich es denn merken sollen? Ich habe auch an Ihrem ganzen Körperniges Einstich oder dergleichen gefunden? Ja, weil Liene das Heroin nicht genommen hat. Du hast es ihr verabreicht, um sie gefügig zu machen. Gar nichts habe ich gemacht. Ich meine, ich habe zwar schon öfter mit dem Gedanken gespielt, dass sie vielleicht welches braucht, damit sie es zu Hause aushält. Was? Liene war gerne bei mir zu Hause. Ach, das reden Sie sich doch jetzt ein. Sie wissen genau, dass sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Das ist eine gemeine Lüge. Ist es nicht und das wissen Sie ganz genau. Liene hat total an der Scheidung zwischen Ihnen und Ihrem Mann gelitten. Und seitdem hat sich einiges bei Ihnen zu Hause verändert. Vor allem Sie. Wie soll sich denn die Mutter von Liene verändert haben? Ach, sie hat teilweise ewig gearbeitet, kam nachts spät nach Hause. Und wenn sie zu Hause war, hat sie gesoffen und hat ihren Frust an Liene ausgelassen und hat sie verprügelt. Ich habe Liene niemals geschlagen. Ach, naja. Laut Obduktionsbericht wurden allerdings am ganzen Körper von Liene zahlreiche Hämatome gefunden. Sehr frische Hämatome. Andererseits aber auch welche, die bereits älter waren. Aber die waren doch von ihm und nicht von mir. So ein Schwachsinn. Vielleicht verdrängen Sie auch was, Frau Ludwig-Spiegel. Aber wir brauchen es aber nicht vertiefen. Die Beweisklage ist nicht ausreichend, sonst hätte ich das mit angeklagt. Können Sie sicher sein? Ich kann aber im Obduktionsbericht direkt hier weitermachen. Neben den Hämatomen wies die Leiche eine ca. 2 cm breite Drosselmarke am Hals auf. Die sieht man auch an den Fotos ganz gut. Die Breite und Form der Drosselmarke sowie auf der Haut anhaftende Fasern weisen auf diesen Schal hier als Tatwerkzeug hin. Todesursache laut Obduktion war eine hypoxische Hirnzeilenschädigung aufgrund von akutem Sauerstoffmangel. Der Tod trat in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr ein und ein Drogentest hat zudem ergeben, dass die eine massive Heroinkonsumentin war. Allerdings gab es wirklich keinerlei Einstiche in der Haut, sodass man davon ausgehen muss, dass sie letzten Endes das Heroin geschlupft hat. Und all das hat dieser Mistkerl meiner Tochter angetan. Gar nichts habe ich gemacht. Warum sollte meine Mandantin so eine Geschichte erfinden und sie derart beschuldigen? Das weiß ich doch nicht. Achso, Sie haben keine Erklärung dafür, warum meine Mandantin sich aus den Fingern saugen sollte, dass Sie ein sogenannter Loverboy sind? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ich selber nicht sich eingestehen möchte, was sie ihrer eigenen Tochter angetan hat. Und wer hat einen Schuldigen gesucht? Und da hat sie im Internet oder in der Zeitung irgendwas über Loverboys gelesen und dachte, das könnte ja ganz gut als Ausrede herhalten. Wissen Sie, Herr Seeburg, was ich mich die ganze Zeit während der Vorbereitung auf diesen Prozess gefragt habe? Sagen Sie es mir? Wie Sie es geschafft haben, so ein vernünftiges und intelligentes Mädchen wie Liene derart um den Finger zu wickeln, dass sie letztendlich emotional abhängig von Ihnen war. Herr Liene war überhaupt nicht abhängig von mir. Und ich frage mich weiterhin, wie Sie es geschafft haben, Sie zu Drogen zu bringen und zu Prostitution zu zwingen. Das habe ich nicht gemacht! Ja, davon bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Sie erstens einen Loverboy sehen und zweitens Lienes Mörder. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Beweise nicht, aber ganz erdrückende Indizien. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Kennen Sie dieses Mädchen? Ja? Ja? Wer ist dieses Mädchen? Das sieht aus wie drei Freundinnen von mir, die ich kenne. Das könnte Sarah, Heike oder Natascha sein. Ja, oder Luna oder Melli oder wie. Seid ihr mich auch gewundert, wenn Sie uns den wahren Namen des Mädchens sagen. Dieses Mädchen ist auch eines Ihrer Opfer. Ich soll noch mehr Mädchen zu Drogen und zur Prostitution gezwungen haben? Ja, natürlich. Und dieses Mädchen hat sich Ihnen widersetzt. Und kaum haben Sie meine Privatermittler befragt, ist dieses Mädchen spurlos verschwunden. Sie wissen, von welcher Situation ich rede. Sie meinen diese lächerliche Aktion, als ich mit einer flüchtigen Bekanntschaft, die ich überhaupt nicht kenne, in der Disco war. Und dann gehe ich raus und Ihr Primatermittler kommt auf uns zu. Das Mädchen kriegt Angst und läuft weg. Und deswegen denken Sie, dass ich ein sogenannter Loverboy bin? So harmlos wie Sie die Situation schildern war sie nicht. Dieses Mädchen war halbnackt und stand unter Drogen. Ach, Sie haben eine blühende Fantasie. Ich habe noch nie jemanden zu Drogen und zur Prostitution gezwungen. Doch, natürlich. Und als Lina da aussteigen wollte, da hast du sie umgebracht. Wie soll der Zeuge das gemacht haben, Frau Verteilerin? Wie soll er das gemacht haben? Er hat keinen Schlüssel zum Rohbau, es gibt keine Einbußspuren, das wissen Sie. Ach, Herr Staatsanwalt, bitte. Okay. Der Rohbau war nur durch Bautüren gesichert. Und an dieser Bautür hingen Vorhängeschlösser. Welchen Beruf haben Sie gelernt? Ich? Schlosser? Schlosser. Und für einen Schlosser dürfte es doch ein leichtes sein, so ein Vorhängeschloss mit einem Dietrich zu öffnen. Ach, so ein Schmarrn. Ich habe meine Ausbildung nach acht Wochen abgebrochen. Da kann ich das überhaupt nicht gelernt haben. Das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch behaupten. Und Ihre Unschuld beteuern. Für mich steht fest, dass Sie Lina in diesem Rohbau ertrosselt haben. Weiterfragen an der Zeuge. Keine, danke. Dann nehmen Sie mal bitte den Platz. Sie bleiben unverreitig. Dann hören wir uns Holger Ludwig, den Vater von Lina an. Das ist doch eine Frechheit, dass der immer noch auf freiem Fuße hier rumläuft. Herr Ludwig, jetzt mal ganz mit der Ruhe, bitteschön. Aber wie kann denn das sein, dass der immer noch frei rumläuft? Herr Ludwig, so läuft das nicht. Es haben sich bisher überhaupt keine Nachweise für irgendeine Straftat des Herrn Seeburg ergeben. Und Sie setzen sich jetzt mal einfach hin und dann rede ich mit Ihnen erst mal. Wissen Sie, was Sie von mir verlangen? Ich soll mich hier ruhig hinsetzen, wenn ich den Mörder meiner Tochter im Rücken sitzen habe hier. Herr Ludwig, ich habe Ihnen, glaube ich, gerade erklärt, wie das hier läuft. Aber... Nichts aber. Na gut. Ich versuche es. Ich werde trotzdem immer noch ein Auge auf diesen Kerl da haben. Bitte tun Sie das, wenn Sie es nicht lassen können. Hören Sie mir aber auch zu nebenbei. Sie müssen ja die Wahrheit sagen, wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Und dann zu Ihrem Personal. Sie heißen Holger Ludwig, 38 Jahre alt, wohne in München. Sie sind geschiedener Logistikmanager. Auch als Ex-Mann der Angeklagten haben Sie in Zeugensverweigerung gesagt. Sie müssen also nichts aussagen. Ich werde auf jeden Fall aussagen. Allein schon, weil ich mit meiner Aussage Margarete unterstützen kann. Sie sind ja nun seit mehr als zwei Jahren von Ihrer Frau geschieden. Ja, leider. Ich denke auch, das war der Ursprung diesen ganzen Dramas. Wenn wir uns nicht getrennt hätten, wäre Liene mit Sicherheit heute noch am Leben. Sag doch sowas nicht, Holger. Ach, das ist doch so. Nur so konnte Liene doch diesen Kinderschänder da in die Arme laufen. Wann hatten Sie denn eigentlich zuletzt Kontakt mit Ihrer Ex-Frau und Ihrer Tochter? Das war am Tag von Lienes Tod. Ich hatte zufällig beruflich in der Stadt zu tun und wollte meine Familie mit einem Spontanbesuch überraschen. Ich bin so gegen 16.30 Uhr an unserem alten Haus gewesen. Hab geklingelt, aber da war immer nur Margarete zu Hause. Und? Wie hat die Ex-Frau auf Ihren Spontanbesuch reagiert? Ja, sie war wie zur Säule versteinert. Sie hat mich angesehen wie ein Geist. Naja, das passt doch genau zur Anklage, Frau Ludwig Spiegel. Sie hatten Druck, Sie hatten Zeitdruck. Sie wollten ganz schnell zu Ihrer Tochter. Hat Ihnen dieser Spontanbesuch Ihres Ex-Manns nicht gepasst? Das stimmt überhaupt nicht. Ich war gerade zu Hause und wollte das Essen machen. Und was hätte ich ihm denn sagen sollen? Ich wollte ihm nichts von Liene erzählen. Und ich hätte ihm jetzt aber auch nicht die heile Welt vorspielen können. Und da musste ich einfach zusehen, dass ich ihn so schnell wie möglich wieder loswerde. Hat Ihnen eigentlich Ihre Ex-Frau was über die Drogenprobleme Ihrer Tochter erzählt? Nein, natürlich nicht. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung davon. Auch nicht, dass sie versucht hat, im Rohbau den Drogenentzug alleine durchzuführen. Nur damit dieser Kinderschänder da keinen Einfluss darauf nehmen kann und nicht weiß, wo Liene ist. Ich habe Liene gar nichts angetan. Ich war ihr Freund. Und ob, hast du ihr was angetan. Sie wäre doch niemals von alleine da drauf gekommen, irgendwie irgendwelche Drogen zu nehmen oder sich zu prostituieren. Zumindest ist das für einen Vater sehr schwer vorstellbar. Aber es hilft nichts. Wir müssen da versuchen, objektiv ranzugehen. Wir müssen nach Fakten suchen. Wir brauchen Beweise. Und wir haben eben keine Beweise dafür, dass dieser Zeuge irgendwie sowas wie ein Loverboy sei oder zumindest ihre Tochter zu irgendetwas gezwungen hätte. Keinen Beweis. Liene hat nach ihrem Entzug gegenüber Margarete alles zugegeben und erzählt. Tja, oder Sie haben sich zusammengeheim, Frau Ludwig Spiegel. Ich meine, Sie waren doch völlig überfordert mit der ganzen Situation. Sie waren mit Ihrer Tochter allein im Rohbau. Eine drogenabhängige Tochter. Die hat geschrien. Die hat um sich geschlagen. Sie waren überfordert. Sie wussten nicht, was Sie noch machen sollen. Und dann haben Sie das Gefühl, Ihre Tochter haut ab. Das konnten Sie nicht zulassen. Ihre Nerven lagen blank. Sie haben gerangelt. Sie haben gestritten. Jetzt schauen Sie mal eben hierher. Sie haben gerangelt, sage ich. Sie haben gestritten. Hier haben Sie Kratzer, Hämatome. Das kam eben daher. Und dann ist es eben passiert. Nein, nichts ist passiert. Ich habe meiner Tochter nichts angetan. Herr Staatsanwalt, die Hämatome, die man bei meiner Mandantin anlässlich ihrer Festnahme festgestellt hat, die stammen aus dem Kampf zwischen Mutter und Tochter anlässlich des Drogenentzugs. Ja, die Hämatome waren von diesem Kampf gegen die scheiß Drogen. Und außerdem hätte Margarete Lini niemals etwas angetan. Nie. Sie wissen doch gar nicht, wie sich Ihre Frau nach der Schallung verändert hat. Ja, aber du. Ja, Lina hat mir erzählt, dass Ihre Frau getrunken hat und sie verprügelt hat. Halt endlich dein Maul, du verdammter Lügner. Willst du mich schon wieder schlagen? Herr Ludwig, Sie setzen sich jetzt mal ganz schnell wieder hin und Sie bedrohen hier bitteschön niemanden. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich zeige es euch nochmal an. So schaut es aus. Ja, mach doch. Ja. Du kannst mich noch hundertmal anzeigen hier, wenn ich dich nur einmal in den Knast kriege davon. Du hast schon einmal gezittert vor mir. Herr Ludwig, Sie reißen sich jetzt mal bitteschön zusammen. Ja? Das stimmt doch. Der erzählt doch nur Lügengeschichten hier. Ich kann für Margarete meine Hand ins Feuer legen. Sie hat sich mit Sicherheit nach unserer Scheidung nicht so verändert, als dass sie Lina irgendetwas angetan hat. Mit Sicherheit nicht. Wenigstens einer, der mir glaubt hier. Ja, für mich aber herzlich wenig interessiert, ich muss es mal so deutlich sagen, ich habe es schon mal gesagt, es geht um Beweise. Und ein weiterer Beweis ist, der Anruf, den Sie getätigt hatten, der Notruf, ja, so spricht niemand beim Notruf, der gerade seine tote Tochter gefunden hat. Vielleicht sollte man an dieser Stelle einfach mal einen Anruf in den Augenschein nehmen. Genau, das machen wir jetzt mal. Der Anruf, der ist ja in der Notrufzentrale aufgezeichnet worden. Also geht über Schluss, der Anruf wird abgespielt und damit in den Augenschein genommen. Und dann geht es ja in der Notruf.